hallo meine lieben hier bin ich noch mal ein kurzes kleines update mini haul irgendwie so mal aus einer anderen perspektive und zwar war ich im action ich habe die neuen plöcke gesucht und zwar habe ich mir da einmal diese schöne strumpfhose geholt für 1,49€ luxet light steht hier also lorex strumpfhose die hier habe ich mir einmal geholt die ist so schön mit glitzer und so und schön fein kann man immer mal gebrauchen dann habe ich mir im action in größe m diesen schönen bh geholt ich finde die so schön mit dieser spitze hier hinten ich habe davon schon so viele und da kam einmal der mit der ist so in einem rosa ton dann habe ich im action sagt hier mitgenommen der bh war für 4,49€ dann habe ich mir das hier mitgenommen diese für diese spiralen zu machen hier mandalas also so spiralen für 99 cent wollte ich mal ausprobieren dann habe ich im action diesen einen neuen block bekommen dann ist alles so was hier vorne auch drauf ist was ihr hier so seht genau moment ich kann euch mal gerade zeigen was mir richtig gut gefällt das ist das hier mit diesen rosen und so genau moment das ist dieser block hier dass alles das hier so drauf was ihr hier von außen seht genau kam einmal der block mit und die blöcke kosten jetzt 2,24€ dann waren wir noch gerade im kaufland da haben wir für 1,99€ 500g spitzpaprika mit geholt und wir haben dafür 4,49€ Schweinehackfleisch mitgenommen ein kilo Schweinehackfleisch das mache ich aber in der mitte durch die hälfte friere ich ein die hälfte brauche ich morgen weil ich möchte morgen Mittag nämlich Nudeln mit Bolognese Soße machen genau aber frische Bolognese Soße mit ähm ähm Tomatenmark und frische Tomaten kochen und so richtig schön lecker ähm meine hunde sind wieder hier am zanken mit ihrem tauschspielzeug ja dann ist diese kleine action tüte hier leer ähm ja mal ganz ja knapp so ein kleiner mini haul hallo so ein kleiner mini haul und vom kaufland und vom action und dann würde ich sagen ja ich habe für unseren äh nachbarn habe ich noch vom kaufland so eine kaufland karte mitgebracht damit sie die auch nutzen können und ähm ähm ja genau meine eltern habe ich noch getroffen im kaufland und meine mein hey meine schwester und meinen bruder genau und ja wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich mega über einen daumen nach oben freuen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die Glocke zu aktivieren dann verpasst ihr keins meiner videos mehr und dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund bis dahin haui 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 haui